Ich muss die Wahrheit kennen und deswegen schätze ich Julian Assange so ungeheuer, er hat die Wahrheit der Weltöffentlichkeit klargemacht. Das ist eine große publizistische Leistung. Jetzt können Sie sagen, jetzt können Sie sagen... Welche Wahrheit hat er denn klargemacht? Sie können doch nicht das gesamte Material, das Data Dumping, ein Daten Dumping, so hat das die New York Times der Guardian genannt, reduzieren auf Kriegsverbrechen, die er zu Recht bekannt gemacht hat. Da sind wir ja einer Meinung, da brauchen wir nicht diskutieren. Das sind wir ja so ungeheuer richtig. Wie weit wollen Sie gehen? Wollen Sie alles veröffentlichen? Wikileaks hat alles veröffentlicht, auch, es werden auch Informanten, die im Iran für die Menschenrechte, in Syrien, die gegen Assad waren. Also Sie würden sagen, Herr Amos, ich sage doch gar nicht, Herr Amos, dass alles richtig war, was er veröffentlicht hat. Eben, da sind wir ja schon... Aber es sind die Dinge, die hier gezeigt worden sind, die, die für mich der Kern das Ganze sind.